Ja, willkommen! Mein Name ist Anirulpy und ich gucke euch zurück zu den Valkyria Chronicles! Nein, da wollte ich nicht hin. In der letzten Folge haben wir die Schlacht auf den Nagia Plains... oder Nagia... Was bedeutet nochmal Plains? Ebene, ne? Nagia-Ebene. Jetzt ist es mir eingefallen, genau jetzt. Und ja, wir haben in den Nagia-Ebenen die Schlacht begonnen, die entscheidend für diesen Krieg ist. Und wir sollen die Basis hier erobern, den gelben Fähnchen. Und wir haben hier schon mal alles gesichert, das ist gut. Und hier sind wir gerade dabei. Da läuft es eben noch nicht so gut. So, dann gehen wir mal hin. Ich glaube, bevor wir das hier erobern, nehmen wir das hier noch ein. Weil dann haben wir eine gute Ausgangsposition. Aber dafür müssen wir erstmal irgendwas machen und aufhören zu reden. So, Rosi, geh mal vor. Könnte doch Wendy... Wendy hat keinen Bock mitzuschießen. Okay. Die Sandsecke stehen wohl nicht. Ja, du wirst das dann wohl aushalten, oder? Mein Gegner ist auch ein verdammter. Ey, ne Schummeln! Was ist das, was wir da noch mal machen? Hm... Verdammt! Oh Gott sei Dank, zurück! Oder ein Kopfschuss dazwischen! So, jetzt müssen wir mal irgendwie... da das ding kaputt stand da werden ich habe mich geschossen dann können wir irgendwas auf dem weg noch tun wir mal nach rechts ich habe mich auf den arm nehmen ich habe mich auf den arm nehmen was ist das denn und er zieht uns voll viel ab das ist voll viel aber mehr was ist das denn so, jetzt können wir mal ein bisschen flanken warte mal, ich habe eine idee ich treffe dich nicht, das darf zack ist da geflogen au okay, der ist geil, der ist unten irgendwo äh, trifft uns das eine Ding da hinten trifft uns das? irgendwie keinen bock zu schießen okay okay dann oh, hi da können wir nicht durch verdammt rosy hilf mir ja so dann ich glaube, spinne gut so so, Lisa, du wirst das ja wohl hoffentlich da oben es schaffen, oder? jetzt irgendwo Minen sind, ne? da krieg ich so Probleme, da ist jetzt noch nicht drauf geachtet aha dann hilf mir mal kannst du den einen typen erledigen der da unten ist der da unten ist habt ihr eigentlich Granaten? ich vergesse halt immer wieder ne seid so arme, ihr habt nur verdammte Raketenwerfer und Dingens boah, au boah, den hab ich gehört, den Impact ähm, ja, ich hab ein Problem, ich steh mit John irgendwie ein bisschen offen sollte so nicht sein jetzt gar nicht mehr dran gedacht so, Sima, der Younger hm wieso brauchst du immer noch 3 Schuss? für mich auch das schafft es bis dahinten? ich will es noch gerne noch einen Zug verballern, deswegen so verdammt ich brauch keine Dinge zu mehr dann kann ich danach hm schaffen wir das? du bist ja hoffentlich du bist zu mir hingedreht, oder? du bist zu mir hingedreht, ich fasse nicht nein da werden so welche verballert ich fasse nicht fast 8 boot boost, mein Gott boost boost nicht Stiefel? okay, dann heißt erstmal muss ich dich aus dem Weg räumen so ich arbeite hier schicken wir einen grundsatz wir haben nichts gemacht jetzt so, gehen wir dahin und hilf allen das hat die schon wieder für probleme habe ich kann mir nicht durch ja nicht wobei ernsthaft ich habe ich irgendwo was hallo ich auch nicht ernsthaft aber ich kann mich sowieso noch mal bewegen ja dich verdammt dich aber schön so muss das okay, ich kann da noch mal oder ich sie da hingeschickt haben der Kanonenbunker, die bringt es irgendwie gar nicht die haben irgendwie nix geschafft hier da haben wir einen Platz gemacht oh Kommandopunkt sweet now Most of the enemies auch fast Warte mal, ich muss da auf der anderen Seite ganz langsam jeden einzelnen Schritt hier planen. So, Hallelöchen! Na? So, ich bin bekloppt hier. So, Manupunkt ist weg. Der nächste Gatling-Bunker ist gleich auch weg. Wollen wir nur noch gucken, dass Aika hier überlebt. Er hat keine Verstärkung gerufen, oder? Das wäre jetzt ziemlich doof. Na ja, natürlich werde ich gerufen. Perfekt! Oh nein, Jan! Warum? Die ganze Ladung ist in seinem Gesicht explodiert. So, und der hat sich wieder hochgeheilt. Ich habe ihn nicht angeschossen, aber... Hey, der war produktiv! So, ich habe eine perfekte Lösung für dich. Nein, nicht noch mal. So, du bist ja auch eine Elite-Scout. Das ist langweilig. Hört auf damit. Auf unsere Zuschauer zu nerven. Der macht das schon wieder. Oh! Jawoll. Hier ist es etwas. Und Isaac explodiert. Boom, 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 kaboom! So, da ist kein Schwein mehr. Gut. Okay, ich habe eine Idee. Eine Idee. Eine Idee. Du! Der schießt uns von da hinten aus ab. Ich halte es nicht aus. Kannst mich mal hier. Zack! Der hat sich geduckt natürlich. Der hat sich geduckt. Der hat sich geduckt. Occupy! Also immer noch absichtlich nicht. Ich halte es nicht aus. Zack! Na warte du. Na warte du. Na warte du. Bis die Rose jetzt dahin kommt. Ne? Als kriegst du eine volle Bereitzeit hat. Cool. Wieso? Strong willed. Es ist toll, wenn er nicht jetzt noch... Achso. Ich will mich mal auf den Arm nehmen? Genau. Satin für eine Verarschung. Jetzt geduckt und dann ist alles okay. Natürlich. Ich liebe ja diese... What the fuck? Momente. So, John. Das kann Bock auf uns zu ballern. Der Drucker. Verdammt! Es wäre so schön gewesen. Nein, ich konnte ein Auerhammer. Oh, nein. Du schraubst! Insofern, einige Zuschauer... Klassen tun sich jetzt nicht so sehr angesprochen für... ... wenn ich jetzt John so spreche... Ich brauche noch eine Granat gleich für den Bucher. Natürlich! Oh, sie halt mal ab. Danke! Ich kenne halt, der duckt sich einmal und dann ist alles okay. und deutschland oder auch nicht so muss das sie mal der jüngere ist also ich weiß bis heute nicht ob es irgendwas bringt aber ich muss trotzdem eine reichkeit dinge in der luft jagen und kreisen schon mal hier diesen platz den wir gleich erobern müssen aber da war schon gute ausgangsposition bis jetzt du hast das heißt du musst das dinge jetzt kalt machen was okay was zum daten kaputt müssen das ding zerschlagen stehe ich nicht ok wo sie auch mal rein ich fühle mich immer wieder sicher aber vielleicht schon mal alles hier gesichert du kannst dich gleich machen damit du es nicht wieder freckst du kannst du dann abwerfen ich glaube ich jemand noch mal so du sollst dich schon ein kannst du mal nicht denken das hätte nicht so viel gehört zu den zweiten bucker jahr eingeladen das ist noch eine elite person die kann man noch töten für winter man kommt der für die gegner das ist noch mal so befriedigend aus wenn kevin tötet er bestimmt nur so den atem von ihm von hinten gehört aber wir sind ja schon im gebiet verdammt ich glaube ich habe mich zu weit nach vorne bewegt obwohl da ist irgendwie keiner glaub ich er bestimmt irgendwie nur so dem atem von kevin so ich sollte mich gleich oben drinnen ok dann guck mal mal na kevin hast du Lust noch weiter zu töten natürlich natürlich hast du das verdammt verdammt aber den kriegen wir auch noch klein aber in der nächsten folge weiterer vorkommen tage tomodo warum habe ich das jetzt gesagt so das wäre jetzt richtig offen wenn du die treffen würdest verdammt nicht umdrehen was du da wir wissen wo die explosion herkommt ja manch noch mit direkten die alle im heim du kriegst ja noch kleine netz umgedreht das ist erst leichte beute sie ballert weiter das ausgleichen stellen wir wollen ich sage nach dem gegnerischen zu machen wir ja einen schnitt im probat ein bunker eingenommen ist produktiv glaube ich wir haben jetzt nur noch vier kommande punkte das auch gut noch keine verluste was noch keine dauerhaften die bomben immer noch das gebiet hierzu ist uns egal für uns läuft gut okay ja dann würde ich sagen wir sehen uns dann in der nächsten folge von der kirche chronicles wo wir hoffentlich den rest noch schaffen werden hoffentlich ich bedanke mich herzlich fürs zuschauen uns alle tschüss